Mehr und mehr Bürgerinnen interessieren sich ja für nachhaltigen Konsum und gleichzeitig nutzen mehr und mehr Bürger das Internet, auch in fortgeschrittener Weise. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich die Bürger nicht im Internet zum Thema ethischen Konsum engagieren, weil sie zum Teil nicht darüber Bescheid wissen oder weil es einfach wegen der Vielzahl der möglichen Angebote einfach zu unübersichtlich ist. Da haben wir jetzt einen Online-Ratgeber entwickelt. In diesem Ratgeber beantwortet man zwei bis drei Fragen und aufgrund dieser Angaben sprechen wir zum Beispiel Empfehlungen aus, was zu der spezifischen Person passt. Also wenn Sie beispielsweise wenig Zeit haben oder eine niederschwellige Beteiligung sich vorstellen, dann können wir Ihnen empfehlen, wo Sie sich im Internet beispielsweise über das über den Hintergrund eines Siegels informieren können. Oder wenn Sie sich intensiver engagieren möchten, verweisen wir auf die entsprechenden Verbände, wo man Mitglied werden kann und sich dann auch dauerhaft einbringen kann.